Der Maginon DV23 HD Camcorder. Erhalten Sie Ihre schönsten Familien- und Urlaubserinnerungen in einer atemberaubenden Full-HD-Qualität. Der Maginon DV23 HD Camcorder mit einer Auflösung von 5 Megapixeln besticht mit detailreichen Aufnahmen und brillanten Farben. Mit dem 23-fachen optischen Zoom und dem eingebauten Bildstabilisator können Sie auch weit entfernte Objekte ohne Qualitätsverlust bildschirmfüllend einfangen. Sie sind immer einen Schritt näher. Den grossen ausklappbaren 7,6 cm TFT Touchscreen Farbmonitor bedienen Sie kinderleicht per Fingerdruck. Egal ob Sie Einstellungen ändern, Videos oder Fotos aufnehmen oder aufgenommene Videos und Fotos nochmals betrachten möchten. Über den grossen Touchscreen Monitor können Sie alle Funktionen bequem und einfach bedienen. Auch technisch überzeugt der Maginon DV23 HD Camcorder durch vielseitige Funktionen und Effekte. Mit der neuen Pre-Record-Funktion müssen Sie keiner verpassten Situation mehr hinterher trauern. Der Camcorder speichert Ihre Aufnahme schon drei Sekunden bevor Sie den Aufnahmeknopf gedrückt haben. Die Bewegungserkennung ermöglicht es Ihnen, den Camcorder auch als Überwachungskamera zu nutzen und mit den Funktionen Zeitlupe und Zeitraffer können Sie Ihre Videos mit Effekten ausstatten, die Sie bisher nur aus Hollywood-Blockbustern gekannt haben. Mit der eingebauten Internet-Direct-Funktion können Sie Ihre selbst gedrehten Videos ohne grossen Aufwand auch Ihren Freunden und Bekannten vorführen. Einfach den Camcorder mit Ihrem Computer verbinden, den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen und Ihre Videos in YouTube einstellen. Durch die USB-Ladefunktion können Sie den mitgelieferten Lithium-Ionen-Akku bequem über einen Computer oder Laptop aufladen, mit dem USB-Netzadapter aber auch jederzeit über eine Netzsteckdose neue Energie tanken. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht es Ihnen sofort, mit Ihrem ersten Video zu beginnen. Eine 8 GB SDHC-Speicherkarte, ein Lithium-Ionen-Akku, ein USB-Netzladegerät, ein USB, ein HDMI und ein AV-Kabel, eine Bildbearbeitungssoftware, eine Handschlaufe, eine Tasche und das Benutzerhandbuch runden das Set des neuen Maginon DV23HD Camcorders ab. Starten Sie noch heute und drehen Sie Ihren eigenen Film. Der Maginon DV23HD Camcorder. Für unvergessliche Aufnahmen in Full HD.